Wir kennen uns schon ein Leben lang. Und auch der Tag begann ganz normal. Und es war ein ganz normaler Arbeitstag. Die NASA hat uns eben bekannt gegeben, dass außerirdische Objekte zur Atmosphäre getreten haben. In einem Gebäude und bewahren sie Ruhe. Hast du das grein gehört, Lukas? Das mit den Alien? Ja. Das haben die bestimmt wieder erfunden. Und warum ist dann der Sender abgestürzt? Haben die bestimmt wieder absichtlich eingebaut, damit es kaufwolliger rüberkommt. Und was ist, wenn es wahr ist? Na dann auf nach Hause, dann haben wir wenigstens eine Austräte, um es von her zu holen. Okay, auf geht's! Okay, auf geht's! Ihre Alte attic. Nein, vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020